Wow, ah, oh, oh mein Gott, oh shit, dieser plötzliche Moment der Angst, ja ich bin hier, hat die KI ausgesetzt, Kollege, oder was? Na bitte, geht doch, was habe ich mich gerade erschrocken, liegt der da einfach, dieser blöde Sack, Kugel, da bist du, ach du hängst fest, sag das doch, tschüssi. So, hm, schade, so, dann gehen wir, nein, ähm, Water, na gut, anscheinend musste erstmal angesogen werden. So, okay, der ist noch nicht aktiv, schade, ich wollte mal testen, was passiert, wenn man sich dazwischen stellt. Und wahrscheinlich muss man das doch so machen, dass man auf den drauf springt und dann hier hoch. Ja. Ah, man stirbt nicht, aber... Yeah. Woo. Hoho, ich kann mich backen. Was? Okay, ich hab's ausgemacht. Ich hab gedacht, dadurch geht das Wasser hoch. Hey, komm da! Genau, bleib dort. Lass mich auf dich drauf springen, dann hier hoch. Ach, so, ich... Hä? Muss ich... Ah, okay, verstanden. Ich muss hier das einmal rumziehen. Und dann da drauf springen. Hoppidi hopp. Heppidi happidi. Oh mein Gott, woher kam denn das nochmal? Heppidi happidi. Oh Gott, ich weiß nicht mehr, woher das kam. Das war auch von irgendeinem... Spiel. Und das war jetzt gerade wieder mal sehr komisch. Heppidi hoppidi. Heppidi hoppidi. Hip hopp. Hopp hip. Von einem auf den anderen Beinen. Oh Gott, ich weiß es nicht mehr. Kriege ich dich so nach ganz oben? Ah, ja, geht doch. Sollte man eventuell wohl anders machen, aber egal. Es funktioniert. Ah, doof, dass man die nur stoßen kann und nicht ziehen. Dann wäre das auch alles ein bisschen einfacher. Dann könnte man die direkt mitnehmen. Uh, dance. Und die Kugel kommt zu mir zurück. Die Fußabdrücke finde ich auch recht interessant gemacht. Ja, Moment. Fußabdrücke. Yeah. So komische Trekkingstiefel sind das. Trekking. Na, hier ist du wohl da rein. Wir müssen auf den Aufzug warten. Wir müssen auf den Aufzug warten. Na, 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 na. So. Aufzug. Juhu. Juhu. Bam, bam, bam. Sehr lustig. Und hopp. Und hopp. Was habe ich getan? Das hört sich wieder nach Magnet an. Aber keiner in Sicht. Ach, ey. Ich denke, wenn ich Theotl 1 fertig habe, was wohl nicht mehr so lang ist, dann... Oh. Dann werde ich erstmal eine Pause machen mit der Aufnahmesession. Weil ich... Ich bin immer noch bei der ersten... Ah, ja, Aufnahmesession. Juhu. Seitdem ich das LP hier angefangen habe, ist da eigentlich nur... ein kurzfristiger... Ersatz für Hunted sein sollte. Das ist zu. Das ist doof. Was mache ich denn? Mittagessen. Oh. Ach so. Lass mich errauschen. So geht das. Ach, kacke. Ich hätte da runtergekonnt. Huch. Kann man schnell genug dafür sein? Ach so. Die bleiben dann unten. Ich bin nicht schnell genug. Das ist schade. Ja. Und dann kommt der letzte hoch. So, und... Jetzt verstehe ich nicht, warum das nach oben geht. Ach so. Gut, dann muss ich jetzt noch etwas aktivieren, damit ich da wieder drankomme. Hopp. drüber. Und wieder platforming. Und wieder platforming. Schade. Ich hab gedacht, da käme man durch. Das Wasser sieht irgendwo so schön aus. So ruhig wie das Wasser ist, sieht es auch so schön aus. Es ist... Ach, das Spiel ist schon sehr solide, sehr schön gemacht. Finde ich. Ihr könnt ja eine andere Meinung haben. Hö, diese gangeklötschten Texturen, die sind voll kacke. Ari, was redest du da von kack? Hör auf, so einem Blödsinn zu reden. Junge, junge, junge. So close. Ich brauche meine Kugel. Aber wie soll ich die denn wiederbekommen? Und wie soll ich die überhaupt da hinkriegen? Oh. Verstanden. Ah. Ich verstehe. Klopp, gegen eine Wand. Komm mal hier hin. Komm mal hier hin, sag dich. Sehr gut. Und zu guter Letzt. Klick, klack. Klick, klack. Klick, klack. Aber nichts passiert. Ah. Ach so, doch. Wir kommen jetzt hier rüber. Dann nehmen wir die Kugel mit. Jump. Und nochmal. Klick, klack. Diesmal habe ich sogar gesehen, dass sich das da hinten geöffnet hat. Reicht das von der Bewegung her? Wahrscheinlich nicht. Schade. Dann muss ich das erstmal Anlauf nehmen lassen. Denn jetzt reicht es bestimmt. Komm mal her. Bleib bei mir. Jetzt geht es hier lang, Kollege. Kollege Ball, bleib doch hier. Das sieht auch nicht schlecht aus. Hopp. Ach, gegen Lava hast du etwas gegen, oder wie? Du bist ja ein Weichei. Wie komme ich denn jetzt an meine Kugel? Kann ich den zerschlagen? Ich kann ihn aber zurückstoßen. Ha, ha. Bing. Erste Runde habe ich gewonnen. Gut. Spätestens hier lernt man dann auch damit zu kämpfen. Sehr gut. Bing. Der letzte Kampf. Alle Leuchten sind aktiv. Wahrscheinlich soll man es auch so machen. Ah, so komme ich jetzt wieder an meine Kugel. Die Pfeile habe ich zuvor gar nicht gesehen. Deshalb habe ich erstmal nur spekuliert, ob ich jetzt die Gegner mit dem Hammer-Effekt auch wirklich treffen kann. Und meine Kugel rollt. Bum. Sehr schön. So, dort hinten gibt es nichts mehr, außer vielleicht ein Geheimnis. Und das werden wir sowieso später nochmal machen. Indiana Jones. Ha. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Indiana Jones. Wir spielen ihn. Es könnte eine direkte Analogie dazu sein. Weil Indiana Jones beim letzten Kreuzzug, glaube ich, vor der Kugel weglaufen muss. Und hier haben wir die Kontrolle über die Kugel. Ha, 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 ha. Sehr schön. Und ich glaube, damit ist dieses Kapitel auch beendet. Und damit wohl auch die erste Aufnahme-Session. Genau. Wir sind zweimal gestorben. Ich schiebe das mal eben durch und gehe ins nächste Level. Und dort... Verabschiede ich mich dann? Tür, haut rein! Nee. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play The Ball. Bei Let's Play Balls of Steel. Do you have balls? I have balls. Und ich kann durch meine durchstehen. Schön. Bis zum nächsten Mal. Geil. Tolles Spiel.